so hallo freunde und ich zeige euch heute mal wie man hier in mountain blade warband eine schlacht führt und dafür müssen uns erst mal unsere leute hinterherlaufen mir nach mir nach mir nach mir nach follow me mir nach hallo hallo mir nach hallo und jemand hallo mir nach hallo so dann kaufen wir uns ein bisschen grund sehr wohl her wir in der gilte kennen und vertrauen euch ich denke wir können jemanden finden euch das nötige land verkauft mal gucken wein pressen öl pressen eine schmiede eine werberei eine weberei und noch eine weberei noch eine weberei und noch eine weberei muss jetzt nicht verstehen oder noch noch ein noch ein noch ein Das ist von den Entwicklern bestimmt gewollt, dass man einfach in den Elefanten reingehen kann. Nein, Elefant, bleib stehen. Ich mach mich jetzt hier zu meinem Gefäß. Nein, Elefant, warte auf mir. Huch, der lädt ja noch. Keine Sorge, für dich gibt's auch einen wunderschönen Pau. 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 Das war das erste Video aus meinem neuen Format Glitches, Trawling, Game Throwing. Ja, das war so ein bisschen ein Pionierprojekt, um zu sehen, was mein Videomaker so alles kann. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall noch so ein Video machen, weil es hat einfach Spaß gemacht. Und ich hoffe, auf bald. Jasasen. Und jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020